Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Nächster Tag, nächste Aufgabe, 25. Aufgabe schon, kurz vor Ende. Ich bin gespannt, was noch übrig ist. So, heute wird es sein... Nein, dann ist es rum. Ei. Eiweiß? Ei, beziehungsweise Eiweiß. Okay, wenn man jetzt wüsste, wie ich die eine Aufgabe etwas Tierisches umgesetzt habe, könnte das hier witzig werden. Aber egal, ich probiere damit mal was Interessantes zu machen. Da ich ein Ei oder Eier schon vorher bei einer anderen Aufgabe benutzt habe, wollte ich es diesmal anders darstellen und habe probiert, etwas Kreatives aus einem Ei zu machen. Und was genau geworden ist, seht ihr hier. So, jetzt mach's das Kreatives aus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.